Das ist Roger Federer, der beste Tennisspieler der Welt. Sorry Djokovic und Nadal. Und das bin ich, Milo aus der Schweiz, der hobbymäßig Tennis spielt. Federer konnte den sogenannten Twiner schöner schlagen als jeder andere Tennisspieler. Und ich möchte diesen Trick schon auch können. Wenn ich den Schlag nicht innerhalb von 5 Versuchen schaffe, muss ich 100 Franken an die Schweizer Sporthilfe spenden. 5 Versuche, let's go! Die ersten 4 Versuche verliefen wie erwartet. Aber beim fünften ist das passiert. Wenn hier solche Videos gefallen, lasst ein Abo da. Letzter Versuch. Let's go, Digger! Aber wisst ihr was? Das war ein lucky shot. Ich spend trotzdem. Hier die Quittung meiner Spende.